Moin zusammen Freunde, ich grüße euch zu diesem Video und habe an dieser Stelle ganz herzlich zu danken und zwar in der Zahl 30.000 Mal. Denn diese magische Schallmauer der Abonnenten haben wir geknackt am Wochenende. Vielen, vielen Dank dafür, freut mich sehr, dass ihr meinen Content hier so feiert, so annehmt und natürlich auch kritisch bewertet, das soll ja auch so sein. Dafür ist mein Content auch da, zum Nachdenken und zum Diskutieren soll er anregen. Dementsprechend, wir legen jetzt direkt los mit ein paar News. Viel Spaß beim Video. Ihr wisst das, ich habe schon sehr häufig hier im Kanal und auch drüben im Olli-Kanal über das Thema Wirecard berichtet. Und Wirecard ist ja wirklich die Aktie rapide abgefallen, denn wenn wir uns nämlich hier nochmal den Aktienkurs angucken, war das ein Unternehmen, was gut dastand, was toll bewertet war. Hier 150 Euro vor zwei, drei Jahren noch oder zweieinhalb Jahren ein bisschen weiter runtergefallen und so weiter und so fort. Aber dann hier alleine hier gefallen, hier gefallen und so weiter und so fort. Also wirklich ganz rapide in den Keller gegangen. Und es stehen da zahlreiche Vorwürfe im Raum. Ich will hier keine Vorverurteilung oder ähnliches machen, aber es sind dubiose Fragen, die im Raum stehen, die geklärt werden müssen. Und ein ehemaliges Mitglied des Wirecard-Vorstands, Jan Marsalek, da hatte ich auch im letzten Jahr im Olli-Kanal bereits darüber berichtet. Im Juni letzten Jahres kam es nämlich hier raus, beziehungsweise hat die Welt darüber berichtet, gab es eine heiße Spur nach Moskau, dass der Mann sich dort flüchtig verhält oder geflohen ist und versteckt hält. So, jetzt heute habe ich diese Nachricht hier gelesen. Leute, das ist ein neues Level, was hier in unserer Politik passiert. Ich habe das gelesen und meine Kinnlade ging immer weiter runter, das kannst du dir nicht vorstellen. Bei Putin, bittet Bild S, Merkel wusste vom Versteck des Wirecard-Betrügers. Und man muss hier eigentlich sagen, wahrscheinlich kannte nicht nur Merkel den Aufenthaltsort von dem Herrn Marsalek, sondern vielleicht auch unser damaliger Finanzminister Olaf Scholz. Und das sollte doch mal langsam dazu führen, dass wir endlich Ermittlungen hier angehen gegen ehemalige Kanzlerin und aktuellen Kanzler, wenn die Bundesregierung darüber informiert war. Aber wir gucken in den Artikel mal ganz genau rein, was hier an Informationen vorliegt. So heißt es, Zitat. Seit 2020 suchen Polizei und Staatsanwaltschaft München aus auf der ganzen Welt nach dem größten Betrüger der deutschen Wirtschaftsgeschichte, Jan Marsalek. Hier wird das Ganze schon wirklich klipp und klar benannt, der größte Betrüger und alles. Es gab ja noch gar keine Verhandlungen oder ähnliches. Das finde ich nicht in Ordnung, so eine Vorverurteilung. In Zweifel immer von den Angeklagten. Und eine Unschuldsvermutung gilt auch hier ganz klar, auch wenn natürlich einige Sachen schon in die Richtung weisen. Das muss erst mal nachgewiesen und juristisch genau aufgewertet werden. So und dann hier Zitat, weiterhin. Denn der untergetauchte ehemalige Vorstand der Skandalbank Wirecard hat seine Gläubiger bandmäßig um 3,1 Milliarden Euro geschädigt und soll sich vor Gericht für seine Taten verantworten. Er ist bei BKA und Europol bis heute als Most Wanted gelistet. Einige von euch werden garantiert dieses Fahndungsfoto von ihm kennen. Das haben wir hier auch in einem anderen Artikel noch drin. Zack, dieses hier. Einmal ohne Bart und dann mit Vollbart. Schon krass, wie unterschiedlich ein Mann oder überhaupt ein Mensch aussieht. Könnte ja auch eine Frau mit Bart sein, man kennt das ja heutzutage. Hier mit einem Vollbart im Gesicht. Finde ich echt krass. Weiß ich nicht, ob ich jemanden so direkt wiedererkennen würde. Das nur nebenbei. So und jetzt kommt es. Der Bundesnachrichtendienst, der der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstellt war, wusste nach Bildrecherchen von einem Versteck Marsalex in Moskau. Er soll in einer besonders gesicherten Nachbarschaft, die genaue Adresse ist sogar der Bild auch bekannt, ist hier allerdings nicht aufgeführt, etwa 25 Kilometer entfernt vom Kreml, dem Sitz des Regierungschefs Putin, entfernt gewohnt haben und möglicherweise bis heute dort leben. Dort steht er nach Bildinformationen unter Obhut von Putins Geheimdienst, dem FSB. Leute, das ist wirklich krass. Das ist wirklich eine ganz krasse, heftige Nachricht, wenn das stimmt. Und die Bundesregierung, die hat ja die Zuständigkeit in Deutschland für den BND, also Bundesnachrichtendienst. Und wenn diese Informationen über den Bundesnachrichtendienst an die Bundesregierung, schrägstrich an Frau Merkel gekommen sind, dann wünsche ich mir hier endlich mal eine juristische Aufarbeitung der Sachen, was Frau Merkel und auch andere involvierte Bundesregierungsmitglieder getan haben oder auch nicht getan haben. Leute, hier geht es, wir haben es ja gerade eben gehört, um 3,1 Milliarden, nicht Millionen, was schon krass wäre, 3,1 Milliarden Euro. Das ist so unfassbar viel Geld, das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Einfach nur der absolute Wahnsinn. Ja und ganz interessant ist, so empfinde ich das persönlich und das kann mir keiner verbieten, das ist meine persönliche Wahrnehmung und meine Meinung, es gab kein Interesse, um den Herrn Masalek hier nach Deutschland ausliefern zu lassen oder überhaupt Gespräche überhaupt irgendwie erstmal mit dem FSB dann gemeinsam da zu machen. Denn so heißt es nämlich hier, Putins Geheimdienst FSB hier bot an, nach bestätigten Bildinformationen dem Bundesnachrichtendienst, also BND, ein Treffen und eine Befragung von Masalek. Die BND-Zentrale in Berlin wurde eilig mit Berichtsschreiben über die Offerte informiert. Also in Russland sitzen ja dementsprechend auch BND und so weiter Zentrale. Hier in Berlin wurde dann informiert aus Russland, wie gesagt, und man hat gesagt, jo, wir haben hier die Möglichkeit, den zu befragen, ein Gespräch damit zu führen. Ist das relevant? Weil der steht ja nun mal auf der Verhandlungsliste, sollten wir vielleicht mal in Erwägung ziehen. Okay, und jetzt kommt es mit der Bitte um Weisung, ob ein Treffen mit Masalek stattfinden soll und wie der Milliardenbetrüger dann vernommen werden solle. Nun kannte man auch den Ort des Verstecks. Und jetzt heißt es hier weiterhin, nach Bildinformationen muss es sagen, also manchmal ist die Bild wirklich so investigativ unterwegs. So was habe ich in keiner anderen Zeitung gefunden. Nein, die berichten darüber, wie ich das hier auch mache, aber rausgekriegt hat, die Bild ist. So, und dann heißt es nämlich hier weiterhin, die Frage seiner Moskauer Beamten aber ins Leere laufen lassen, also der BND, keine Antwort. Merkels Kanzleramt, Klammern, Abteilung 7, Koordinierung der Nachrichtendienste, wurde jedoch über das brisante Gesprächsangebot informiert. Das war ausgerechnet zu jener Zeit, als das Kanzleramt Merkels Zeugenvernehmung vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags vorbereitete. Och, surprise, surprise, was für ein Zufall. Merkel hatte sich unwichtiger, unvorsichtiger Weise in China für Wirecard engagiert. Habe ich mehrfach darüber berichtet, auch ganz dubios. Aussagen Masaleks kurz vor der Merkel-Vernehmung und im aufziehenden Bundestagswahlkampf waren ein politisches Risiko. Wollte man das vermeiden? Leute, es ist hier so viel im Argen, dass wir wirklich endlich anfangen müssen, über diese Situation hier zu sprechen. Und dass der Finanzminister, der aktuelle Bundeskanzler Olaf Scholz, natürlich meiner persönlichen Meinung nach da auch Informationen erhalten haben könnte, davon gehe ich persönlich hier aus. Ihr könnt eure Vermutung, eure Wahrnehmung gerne mal unten in den Kommentaren reinschreiben, aber er war ja keine unwichtige Person. Ich glaube, jetzt meine persönliche Meinung dazu, ich glaube, hier ist sehr, sehr viel Geld verdient worden, bei sehr mächtigen Leuten in diesem Land oder auch weltweit, wo man jetzt nicht hingehen möchte und möchte, dass die benannt werden. Sagen wir es mal so. Aber ihr könnt ja eure Meinung mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Ja, dann haben wir hier das Nächste. Elon Musk wird doch nicht Mitglied des Twitter-Verwaltungsrates. Und ich hatte ja gerade letzte Woche darüber berichtet, er ist ja jetzt mit 9,2 Prozent größter Einzelaktionär bei Twitter. Und Twitter geht es ja gar nicht so gut, das darf man ja nicht vergessen. Bin ich letzte Woche gar nicht so drauf eingegangen, aber darf man nicht vergessen, der Nachrichtendienst hat viel Kritik, wer auch wegen seiner Zensurwellen und so weiter. Und dementsprechend ist natürlich die Frage, was hat Elon Musk mit den 9,2 Prozent vor? Und eine logisch auf der Hand liegende Schlussfolgerung war einfach, dass er in den Verwaltungsrat mit einziehen wird und wird dann versuchen, das ein oder andere, was ihm persönlich nicht gefällt, wenn du so viel Geld hast, kannst du das halt machen, kaufst du halt die Firma so zu 9,2 Prozent auf und gehst dann in den Verwaltungsrat und sagst, jo, jetzt machen wir diese, anders und jenes. Muss schon krass sein. Ja, aber das macht er jetzt nicht. Das macht er nämlich nicht, so heißt es hier nämlich auch bei Finanzen.net, Twitter-Aktie vorwörstlich klein minus, Elon Musk will doch nicht Verwaltungsrat-Mitglied werden. Keine Ahnung, whatever bei dem Herrn da oben im Kopf vorgeht, warum er das nicht vorhat. Man sieht, dass natürlich hier Twitter-Aktien-mäßig hier direkt auch einen Drop erfahren hat und alles drum und dran. Also da ist gerade sehr, sehr viel los und ich bin mal gespannt, wie das Ganze sich weiterentwickeln wird. Last but not least noch einen interessanten Artikel hier bei der Aktionär gelesen. Deutsche Bank und Commerzbank, vor Zinswende noch schnell kaufen? Und hier geht es speziell darum, am Donnerstag dieser Woche tagt ja wieder die Mitglieder des EZB-Rates und wir gehen ja mittlerweile davon aus, dass irgendwann dieses Jahr eine Erhöhung des Leitzinses von der EZB auch gemacht wird. Sie sind irgendwo im Zugzwang. Nichtsdestotrotz, sie haben natürlich immer noch die Problematik, wenn sie es machen, was passiert mit Griechenland, Italien und anderen wirklich deutlich verschuldeteren Ländern im Vergleich zu Deutschland. Ja und hier im Olli-Investiert-Kanal sprechen wir natürlich über diese Themen, aber versuchen natürlich auch zwischen den Zeilen zu lesen und das Beste aus solchen Situationen zu machen. Und jetzt ist die Frage, ist es eine Anlagemöglichkeit in Banken in Deutschland zu investieren? Weil, das haben sie nämlich hier ganz gut aufklamüsert. Es gibt nämlich eine Meldung darüber hier von der Deutschen Bank und der Commerzbank, wenn es einen höheren Anlagezins oder Einlagezins, so ist es richtig, also zur Erklärung, die Bank bekommt Geld von euch, von anderen und so weiter, hat Geld zur Verfügung. Dieses Geld soll geparkt werden. Wenn sie das bei der EZB aktuell ablegen, ist gerade nicht so vorteilhaft. Wenn allerdings das Ganze bei einem Prozent liegen würde, also ein Prozent höher aktuell, dann hätten sie nach rund zwölf Monaten circa 400 Millionen Euro mehr. Ja, Nettozinsertrag nennt sich das Ganze. Wir gehen ja hier im Kanal eher, oder ich, nicht davon aus, dass wir jetzt eine einprozentige Zinserhöhung bekommen. Das glaube ich nicht. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir 0,25 Prozent kommen, dann kann man das ja ganz einfach mal milchmännchenhaft runterrechnen. Dann würde es hier um 100 Millionen Euro gehen. Ob das jetzt so der Punkt ist, dass der Aktienkurs sich natürlich auch sehr, sehr positiv entwickeln wird, das wird die Zeit zeigen. Aber die Anzeichen sind ja gerade wirklich sehr, sehr stark dafür da, dass die EZB eine Mini-Erhöhung in diesem Jahr machen wird und dass wir vielleicht bei einem Prozent rauskommen werden im Jahr 2022, 2024, sorry, wir haben schon 2022. Das könnte ich mir vorstellen, oder 2025 vielleicht. Ist eine Überlegung wert, in solche Sachen jetzt zu investieren und sonst natürlich auch mal Köpfchen anstrengen. Was könnte ebenso noch weiter steigen, sobald die EZB auch nur minimal den Zins anhebt? In diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, euch hat der Content gefallen, kritischer Content, aber auch Content hier, wo ihr hoffentlich auch etwas mitnehmt und ein bisschen darüber ins Nachdenken kommt und dann euch überlegt, gehe ich jetzt hin, investiere ich doch da mal 5 Euro, vielleicht da mal 100 Euro oder was man einfach zur Verfügung hat. Es geht mit kleineren Summen genauso wie mit großen Summen. Da bin ich fest von überzeugt. Das lese ich täglich in euren Nachrichten. Ich bekomme oftmals auch Portfolio-Screenshots geschickt. Joa, nette Einblicke. Also von daher, es funktioniert. Und ihr müsst einfach nur die Augen und Ohren offen halten. Dementsprechend gerne mit dem Daumen noch umsignalisieren, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr neu hier seid, unbedingt abonnieren. Jetzt ist 40.000 die nächste Zahl, die wir knacken müssen. Danke nochmal für die 30. Bis zum nächsten und ciao.